So, 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 YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir wollen wieder drei Runden machen und uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen, um herauszufinden, wo wir einfach hingesetzt werden. Das kann Indonesien sein, das kann Deutschland sein. Lassen wir es auf uns zukommen und ich würde sagen, Runde 1 startet. Und dann gucken wir mal, wo wir sind. Oh ja, ähm... Äh... Hier irgendwo vielleicht? So mein erster Guess. Sieht... Nja, belgisch aus alles. Richtung Aachen vielleicht hoch. Oder vielleicht auch irgendwo anders. Aber, okay, Belgien ist bestätigt. Ich glaub, ist das nicht die Straße, in der Ronny Berger mit dem Tridem langgefahren ist? Die sieht fast so aus. Wer ihn kennt, kennt ihn. Die sieht fast so aus. Deswegen dachte ich, das ist die, die von Aachen nach Frankreich führt. Das ist der Eurovelo, oder? Hier. Hier. Das klingt aber holländisch. Das klingt aber holländisch, das Wartenied. Dann sind wir vielleicht eher da oben. Ja, warte mal. Wo ist denn Aachen? Da ist Aachen. Hier vielleicht irgendwo. Genau. Mal gucken, wie die Orte hier heißen. Wahrscheinlich sind wir ganz woanders. Und das sieht einfach überall gleich aus. Ich war zumindest noch nicht da. Auch nicht in Geotastic. Äh, wir waren einmal in Belgien in den Bergen eher. Da kann ich mich dran erinnern. Das ist noch nicht ganz so lange her. Aber ansonsten, gerade Belgien kommt selten eher Niederlande oder Luxemburg. Auch Frankreich kommt sehr selten dran. Bin ich aber auch aktuell froh drum, weil Frankreich hat super Schilder. Da steht einfach drauf, Tu Direction. Oh. Das hilft dann natürlich sehr weiter, wenn jede Richtung in eine Richtung führt. Ähm, und dann im nächsten Ort dann auch wieder Tu Direction dran steht. Und dann kriegst du irgendwie nur die D20. Die D20 ist eine 20 Meter lange Straße im Nirgendwo. Ähm, die auch noch lokal ist. Ist das natürlich super scheiße. N118. Okay. Jetzt haben wir doch mal was. Was handfest ist. Die 313. Die E313. Die ist hier. Okay, das würde ja passen. E313. Ungefähr die Höhe. Und da müssen wir die 118 finden. Dann lag ich hier vielleicht doch nicht ganz falsch. So vom Gefühl her erstmal. 76. 739. 313. Na gut. Die 313 ist natürlich lang. 126. 116. Ne, hier können wir nicht. Wir können nicht in den Entwerpen sein. Aber hier hört die 313 auf. Nicht wahr? Hier ist die 115. Dann sind wir echt in den Entwerpen? Sehen wir Gel vielleicht. Vielleicht ist es einfacher. Gel. Okay. Aber die 118 sehe ich immer noch nicht. So ist ja nur 9 Kilometer weg. Das heißt, so ein Radius bis Moll haben wir in etwa. Das heißt, in so einem Umkreis hier befinden wir uns. Ich sehe die 18. Ist das vielleicht gedoppelt durch Google? Ne. 13. Da ist die. Ist nur so eine kurze Stückstraße hier. Okay. Muss die nicht tiefer sein? Ja. Also tiefer vom was? Aber ich hätte auch gedacht, eher hier nicht auf der Höhe. Aber gut. Passt doch eigentlich. Die geht auch nach Nordosten. Passt auch. Und hier ist die Straße. Prinzenpark. Das ist aber nicht der Straßenname. Da geht es nach Dessel. Okay. Wir sind auf der Höhe, wo es nach Dessel geht. Das Dessel. Das heißt, irgendwo hier schon mal. Und. Wir stehen jetzt an der. Oh, das wird einfach. An dem Bayernweg. Ne. Bergenstraat. Okay. Da müssen wir jetzt auch nur noch hier lang gehen und die Bergenstraat finden. Bergenstraat. Zack. Dingo Dongo. Und 2,70 Meter. Easy. Sehr gut. Belgien besiegt. Und damit schon in Runde 2. Heute läuft es wirklich gut. Bis auf die eine Mexiko-Runde, über die wir nicht reden. Oh, perfekter Startpunkt. Besser kann es ja fast nicht sein. Belgida. CV40. Gandia. Also, was macht Gandalf hier? Äh, ja. Wir sind in Spanien, nicht? Also, ich hätte ja alles erwartet, aber nicht Spanien. Also, ich kenne zumindest sonst keins, wo CV steht. Oder ist das sogar Palma? Mit CV? Weil, wenn man diese sieht, Belgier und Xactiva, dann denkt man natürlich an irgendwas anderes. Aber diese Straßennummerierung, ähm, haben die nur hier. Aber wo ist CV? CM. Hier ist CV. Jetzt CV60. 90. Hier gibt's RM in die Richtung. Hier ist MU. CV80. CV60. Dann kann die 60 nicht weit sein. Da ist die 50. Da ist die 70. Boah, wirklich. Ich finde immer 10, 20, 30, 40, 70, 80. Ich suche aber die 60. Alles finde ich. Nur nicht genau die Zahl, die ich brauche. Die 35. Oh, Mann. Okay, aber sehen wir vielleicht einen der Orte. Also, wir sind irgendwo hier. In der Ecke. Belgier. Sagt mir so gar nichts. Reist ihr oft nach Spanien? War einer von euch in Belgier? Oder in Gandia? Gandia. Ja, sagt mir das doch, dass ihr da wart. Okay, es geht also dahin. Und da ist die, oh, guckt mal. Die 60 ist wieder so eine kleine Schlingelstraße, die von der 640 abgeht und nur so ein Stück dick ist. So eine kleine Pischstraße ist das. Ich hasse sowas. Okay. Aber wir haben es gefunden. Okay, und das geht nach Xactiva ab. Und Unixient über die CV40. Ab und an mal nach Malle fährt Blux. Ja gut. Wobei es Malle hier drin auch teilweise schon mal gab. Weiß nicht, ob das immer noch drin ist. Manchmal fliegen die Sachen ja raus. Aber ich hab mich schon mal zu Tode gesucht. Und dann war ich auf, ich weiß nicht, ob es Malle war oder die Insel daneben. Dann warst du auf dieser Insel. Total nervig. Oder Mauritius oder sowas, wenn du in Frankreich bist. Und dann landest du da unten. Ben-Giam sehe ich. Aber die anderen Sachen sehe ich nicht. Barks? Nicht Blux, sondern Barks sehe ich. Ben-Giam? Wo ist ein Baggy da? Also bin ich so blind oder sehe ich nur Ganyer auf der Karte? Aber Baggy da wird so groß dargestellt, da hätte ich ja erwartet, dass das, dass das so weit weg. Never ever ist das so weit weg, nicht? Oder ist das noch weiter weg? Aber da hätte ich ja eher Madrid dran geschrieben. Boccians sehe ich. Elche? Wie ganz viele Elche sehe ich. Du dachtest an irgendwas osteuropäisches. Richtig, sag ich ja nicht. Mit den Zeichen drüber und der Benennung. Aber anhand des Straßensystems weiß ich es sofort. Das ist halt Erfahrung da, nicht? Das ist halt das, was der Unterschied zwischen denn hier Vorsagen und Wissen ausmacht, nicht? Also, das ist immer schwierig, nicht? Wenn, 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 wenn irgendjemand mitredet und er sagt mir, das ist da und da. Ich weiß nicht, ob er es gegoogelt hat oder ob er es weiß, nicht? Wenn er es von sich aus weiß, wäre es von mir aus total okay, aber wenn es gegoogelt ist, ist es nicht okay, nicht? Aber wie will man das unterscheiden? Ähm. Ich würde fast sagen, wir sind sogar auf dem, oder? Hier ist nämlich die Autobahn drunter. Ja. So. Das heißt, dann sind wir hier drin in einem der Kreisverkehre. Shitty. Und die CV60 hier. Unser Kreisverkehr ist südwestlich. Norden, Osten, Süden, Westen. Ich würde sagen, das ist der, oder? Wir sind dann hier gerade raufgefahren. Hier sind wir drauf, nicht? Wir sind da drauf. Ja. Dann kommen wir in diesen Kreisverkehr. Oh, guck mal. Da kreuzt sogar ein Auch krass. Ein Radweg in Spanien kreuzt einfach die Autobahn oder die Autobahnauffahrt. Und ohne Ampel und achtmal, äh, nicht? So wie bei uns da in Leipzig. Andererseits, wenn hier viel fährt, hätte ich auch lieber, ähm, ein Radweg, äh, eine Ampel, nicht wahr? Die 616 soll hier sein. Aber weder da noch da ist die 616. Wartet. 618, 615. die 616. Ist hier die 616? Nee. Ist hier 620. 6193. 667. Ähm... 618 seh' ich. 615 seh' ich. Das macht mich gerade unglücklich. Ich meine, würden wir den Radweg gesehen können? Wahrscheinlich. Die Frage ist ja auch, ob die 60 nicht irgendwo nochmal rauskommt nachher dann. Okay, das macht mich, macht mich nicht glücklich. So, aber die 60 ist hier. Ist das noch die 60? Weiß ich nicht. Ist das vielleicht die 616 hier? Und einmal nur nicht herangeschrieben. Hier ist 618. Hier ist der Radweg. Könnte es das sein? Was ist das? Nee, das könnte nicht der Radweg sein. Das ist auch viel zu groß, nicht? Und wir sind auch an der Autobahn. Ist definitiv eine Autobahn. 615, aber nicht die 60? Das heißt, wir können eigentlich ja nur, können nur da sein und das andere ist nicht markiert, oder? Die 616. Was weiß ich. Oder hier oben, hä, hier geht auch eine CV60 lang. Wie geht denn das? Ach, die geht hier parallel lang als 620. Okay, also die 60 wird zur 620. Nee, wird sie auch nicht. Sie ist einfach auf einmal da oben. Ich liebe sowas. Wie kommt die 60 von hier unten auf einmal seitlich hier hin? Das ist einfach so eine Füllstraße, nicht? Die immer mal wieder auftaucht. Das ist natürlich bitter. Da müssen wir doch die 616 suchen, glaube ich. Scheibenkleister. Ich war mir so sicher, dass das da unten ist. Ich hätte fast geklickt. So, und hier gehen wir wieder weg von der Autobahn. Ich meine, hier ist auch ein Kreisverkehr. Müsste das die 616 sein. Und die hat aber auch nichts dran stehen. Oder das hier. Hier ist die 616. Da sind wir. Das ist gar keine richtige Autobahn. Boah. Crazy. Und die Orte, die da dran stehen, habe ich hier immer noch nicht gesehen, nicht? Okay, aber dann stehen wir in dem Teil und wir stehen vor der 616, die hier auch anfängt und ein Stück drin hinter der Kurve. Wir sind hinter der ersten Kurve, bevor es in die zweite Kurve richtig reingeht. Wir sind aber, glaube ich, leicht in der Kurve drin. Wir werden überprüfen. Da müsst ihr darauf achten, dass der jetzt gerade bleibt. Wenn der sich bewegt, dann sind wir in der Kurve drin. den Trick habe ich vom Held der Steine abgeguckt. Jetzt kommt erst die Kurve, seht ihr? Das heißt, wir sind vor der Kurve auf jeden Fall. Aber das ist unser Startpunkt. Wir sind genau am Anfang der Kurve. So, jetzt ist die Frage, wo fängt die Kurve hier an? Da. Also stehen wir wahrscheinlich hier so, Finish. 14 Meter 69 ist schwierig abzuschätzen auf so einem Ding. Wenn da nichts abgeht genau. Aber hey, wir haben es geschafft, 6000 Punkte. Und damit geht es weiter. Spanien ist abgehakt nach Runde 3. Ah ja, jetzt haben wir was osteuropäisches. Und ich würde sagen Litauen spontan. aber jaja, okay, das sieht wieder nur gelb aus, nicht? Das ist gar nicht gelb. Vielleicht auch Bulgarien oder Co. Nee, okay, Europa, schon mal nicht schlecht. Hast du irgendeine Werbung drauf? Moji. Ist jemand von euch Mojis? Also die japanischen meine ich jetzt. Ich finde die irgendwie nicht ganz so geil. Ich mag auch so kalte Reissachen nicht. Wir sind auf der 3 und das Ding ist parallel. Ich glaube parallel war Litau nicht. Estland war so, Lettland war so und Litauen war so. Als spätestens wenn ein Ort Pilz heißt, dann sind wir in Lettland oder so. Ich glaube die heißen hier alle Pilz, 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 nicht? Daugpilz und so. Und die heißen hier alle Chai und Kai und sowas. Dann können wir es eigentlich ganz gut abgrenzen, sprachlich dann. Wenigstens sind wir auf einer schönen Straße, auf der wir auch schnell reisen können. Ich muss sagen, ich könnte mir auch echt vorstellen, in den baltischen Ländern zu wohnen oder so. Das hat echt coole Vibes und die sind technologisch teilweise, was Digitalisierung angeht, und um Längen voraus. Wenn ihr da eine Firma gründen wollt, ich glaube in Estland dauert das von der Antragstelle bis alles bei euch ist, 15 Minuten, außer der Stick, um es dann wirklich zu verwenden. Das dauert länger, aber alle Formulare unterlang können digital abgeschlossen werden, und ich glaube, die arbeiten daran, dass das alles unter 5 Minuten geht, der Prozess. Das nenne ich mal Optimierung. Das heißt, du gehst da hin, kannst mit einer europäischen ID eine Firma gründen, 5 Minuten, hast alles digital, und dann kriegst du noch einen Secure Stick zugeschickt, wo dein Zertifikat drauf ist, und dann kannst du alles machen. So einfach kann es sein. Klar, im Rahmen der Doppelbesteuerung pipapo, da muss man sich in so viel reinarbeiten, wenn du deutscher Staatsbürger bist, zusätzlich, aber ich finde es erstmal eine klasse Sache und schade, dass wir sowas nicht hinkriegen, und bei uns wäre so ein Prozess dann trotzdem so aufwendig, dass du irgendwas ausdrucken und wieder einscannen musst. Bürokratie in Deutschland. Gar nicht, Bossong Com Batelay klingt klingt nach hier unten, aber wohl, warte mal, Batelay klingt auch nach so ein bisschen hier unten Batelay oder so. Ich bin noch unentschlossen. Und eigentlich haben die hier oben blau, nicht wahr? Das war grün das Ding und grün war in Rumänien, glaube ich. Ich bin der Meinung, dieses Batelay auch schon mal hier unten irgendwo gesehen zu haben. Aber osteuropäisch ist auf jeden Fall immer eine Reise wert in Geotestik. Ah, okay, Papa. Wo ist Papa in Rumänien? Wo ist er denn nur? Misers und Backkorn Sensory. Eisenmarkt? Ich finde es krass, wie viele deutsche Namen, die hier auch noch haben, nicht? Schommlemarkt und so Eisenmarkt, Eisenfaust oder so haben die auch noch irgendwo irgendwas oder so und dann Kreuzburg an der Priestitz Ob die jetzt natürlich jetzt in ihrem eigenen Sprachgebrauch noch so nennen? Wahrscheinlich nicht, nicht? Straßburg Amirisch Mühlbach Karlsburg wird wahrscheinlich auch dann eher ein bisschen anders ausgesprochen. Praet Papa Mesers Das sind jetzt nicht die riesen Städte, dass ich die finde. Lebt jemand von euch in Mesers? Oder im Burgort? Und weißt du, wo Mesers ist? Oder Papa? Ich habe Brad gefunden. Victoria 2-3 Mal im Jahr höher, dann hat man davon auch genug. Achso, war da nicht eine Straßennummer? Auf der anderen Seite, der Hinweis, die 6. Okay, finden wir die 6. Das wird glaube ich nicht dranstehen, nicht? 21 Vor allem ist die grün, eigentlich müsste die ja gelb sein. Ja, 9 49 Ah, ich glaube, da brauchen wir eine größere Straße, um das eingrenzen zu können. Vielleicht steht hier vorne ja dran, eh, bla bla bla. Wo wollen wir hinfahren? Was sagt er? Mesers? Oder wollen wir eher nach Papa? Ihr habt die volle Entscheidungsgewalt. Einfach jetzt in Chat schreiben, dann fahren wir da hin. Bakon Zing Serenier können wir auch noch. Wahrscheinlich wird es ganz anders ausgesprochen. 330 Kilometer Straße in Ungarn wären erneuert oder sowas. Und irgendein Förderprogramm. Hm. Ja, dann weiß nicht. Wenn ihr keine Präferenzen habt. Und hallo Ringis Dingi. Ja, das wissen wir schon. Erzähl was Neues. Zum Beispiel, wo Papa liegt. Oh, Kisper. Vielleicht sehen wir das. Kisper. Ich glaube, die sind alle sehr klein, die Orte. Kisper. Kisper. Roman. Kisper. Alexandria. Ich wusste gar nicht, dass Ägypten da drin liegt. Balabala. Ja, das muss noch kleiner sein, glaube ich. Das heißt, in der Zoom-Stufe müssten wir suchen. Das heißt, wir müssen irgendwie eingrenzen, wo das ist. Über eine Straßennummer. Ja. Fahr ich jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinfahre. Egal, wir fahren einfach. Ihr habt nichts entscheiden wollen. Dann muss ich entscheiden. Wir fahren einfach mal nach Westen. Oh. Das Gute ist, sie haben so viele offizielle Schilder. Ich kann nur leider die Schilder nicht lesen, sonst könnte ich hier vielleicht herauslesen, wie diese Sachen heißen. Aber ich meine, Kivitz Litzö könnte Straße heißen, es könnte aber auch Ort heißen, Kribeten könnte die Region sein, aber das könnte auch Haus heißen, Alba, Biho und ich kenne die ganzen Kreise auch nicht. Die haben sehr viele, nicht? Das Land ist jetzt nicht gerade klein. Das ist auch nichts, was mir helfen würde, um das einzugrenzen. Britsch geht leider wenig. Vielleicht kreuzen wir eine Autobahn. Da kam LKW her. LKW bedeutet immer Autobahn oder Industriegebiet und die haben sehr gute Hinweise meistens. Mein LKW wird nicht freiwillig eine Landstraße lang pesen. Ich meine wir können auch die sechs suchen, aber das ist auch in einer sehr kleinen Zoom Stufe nicht wahr? Weil die Straße hält sogar ein Bus, also die kann nichts besonderes sein. Shit. Ah, und hier ist Industrie Vogelpig Kertimack. Rede? Jetzt redet doch schon. Wir sind immerhin in Rede. Wer jetzt nicht redet, möge für immer schweigen. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt immer reden. In Rede ganz besonders. Okay, das sind die gleichen Schilder, nur von der anderen Seite. Okay, ich muss mir mal merken, dass Ungarn auch die deutschen Dinger hat in etwa, nicht? Diese Poller. Dacht ihr, die sind nur in dem Baltikum so. Deswegen bin ich am Anfang aufs Baltikum gegangen, wegen der Poller. Aber, genau, osteuropäische Länder haben diese Masten hier. Ich glaube, anhand der Lochdicke in diesen Betondingern und den Abständen und wie dick das Beton ist, kann man auch das Land identifizieren. Bei Polen sind die dicker und enger zusammen. In Bulgarien so, in dem so, das ist ganz verrückt. So, das ist doch mal was verlässliches. Wir sind in Üdo Südöl Südöl Lü 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 jetzt da wohnt und sich nicht meldet, dann weiß ich auch nicht. Ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr aus Üdo Südöl Lü 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 zu sagen, ja, das bin ich. Da wohne ich. Teleroman, OLT, Agris, die haben hier, wenn ich rauszoome, die haben so viele Langreise, wenn ich nicht durch Zufall an den ranzoome, ich zoome immer so an Stellen, wo so mehrere zusammen laufen, versuche ich zumindest, dachte ich, da, ähm, Botosani, aber bei so vielen ist es quasi unmöglich, das ist ein eher Zufall, ob man es findet oder nicht, na gut, ähm, schau, ich meine, die Hinweise sind gut, Ku Hai, der Ku Hai, aber gut, der Ku Hai wird der Ku Hai auf Google eingezeichnet sein, wenn schon der dicke Fluss in Bulgarien, äh, in Bolivien oder wo wir waren, nicht eingezeichnet war, ich denke nicht, der jetzt breit hätte ich nach ihm gesucht, nicht, aber ich kann nicht 500 Flüsse in Ungarn durchgehen, dann kann ich auch eher die Straße suchen, okay, Papa ist aber größer, Papa wo bist du, warum bist du nur 5 Minuten Zigaretten holen gegangen und nie wieder gekommen, der Klassiker nicht wahr, den man sich so erzählt, ähm, da fliegen sogar die Herzen im Chat, Ichimaga Kützüt so, aber wir sind in Bakongigabank okay, das ist also nicht super klein es hat allerdings ein paar Verwaltungsgebäude und die Straße verläuft so Nord West West also so Bakong Bank irgendwas mit Bank hinten das Problem viele Straßen verlaufen in die Richtung hier Bakong Bank Bakobank oh man warum können wir nicht in Botosani sein aber es ist hier recht flach vielleicht können wir es da drüber ein bisschen eingrenzen sozusagen wir sind vielleicht hier hinten Groß Sankt Nikolaus ist hier ah da ist Weihnachten Inou Trestenburg hier unten wahrscheinlich sind wir sogar in Bukarest wieder und die Namen werden überlagert weil die hier dicht sind oder sowas ne Il Ifov Iflov Bukarest Karisari ne Ealamota geht nirgendwas mit Ü nicht Constanta Varenza Bützö rocken Bukaresti bookesti 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 indipendenz die barillernudeln barillernudeln vorsagen. Vorsagen ist blöd. Wir müssen die Hinweise selber finden. Außer du wohnst da. Weil ich weiß nicht, ob ihr selber googelt. Weil googeln ist blöd. Dann braucht man das Spiel nämlich nicht zu spielen, wenn man das googelt. Das heißt, wir müssen die Hinweise erst finden. Die muss uns so prohn. Mitraten. Ich sag ja, es ist schwierig, zwischen Mitraten und Vorsagen. Ist es ein kleiner Spalt. Das ist 2019. Das ist 2024. Ungarn. Deutschland. Ungarn. Deutschland. Wir suchen jetzt eine große Straße. Ich hab die Faxen dicke. Eine Straße, die ist lustig. Eine Straße, die ist schön. Dann da kann ich Wanderwege auch am Rand von Gagor sehen. 35 Kilometer Wanderweg. Das ist heftig. Ich meine, wir spielen das Spiel ja auch, um die Gegend kennenzulernen und so ein bisschen auch was zu entdecken. Ich muss sagen, auch gar nicht so undeutsch, nicht? Also so vom Gefühl her. Also würdest du mich hier hinsetzen und mir keine weiteren Hinweise geben, ob Rumänien oder Deutschland, könnte ich dir nicht unterscheiden. vielleicht, wenn ich die Straße sehe, nicht, aber so keine Chance. Vegetation recht ähnlich. Nur die Strommassen. Okay, wenn die im Bild wären, die könnten das ein bisschen verraten. Was wäre so das Einzige? Gegenverkehr. Ich meine, der LKW muss ja irgendwo hergekommen sein. Hoffentlich nicht vom Feld und war nur mit Sachen vom Dings beladen. Lazzi. Welkommen in Lazzi. Willkommen in Wer schreibt denn willkommen mit C? Gibt es ein Land, was willkommen mit C schreibt? Also welcome, ja, aber nicht willkommen, oder? Ja. Was haben wir hier? Lazzi. Lazzi, Lazzi, fahr die Gläser an die Wand. Lazzi ist ein schönes Land. Oh, nein, 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 nein. Ich will jetzt nicht auf dem Wanderweg. Ich bleib hier auf der Hauptstraße. Aber das ist mal eine schöne Runde. So ein bisschen rumfahren, sich die Gegend angucken und herausfinden, wo wir sind. Und guckt euch mal den Baum an. Wow, krass. Doch, irgendwie Stingy wird er, aber Hinweise, die vorgesagt sind, die wir nicht gefunden haben, werden ignoriert. Das habe ich gerade schon gesagt, weil Vorsagen ist blöd. Wir müssen die Hinweise erst selber entdecken, sonst können wir doch auch googeln und googeln ist blöd, weil das wollen wir nicht. Und deswegen muss ich die Hinweise mir selbst erarbeiten und wenn ich es nicht auf der Karte sehe, dann ist blöd. Wenn ihr aber sagt zum Beispiel, da unten habe ich es gesehen auf der Karte, du hast drüber gescrollt, das ist vollkommen okay. So, und da haben wir das Schild zum Glück, hoffe ich. Da. 82,832. Jetzt haben wir doch was. Den Hinweis haben wir gebraucht. Jetzt ist alles legitim. Die Eins, also das sind glaube ich die Dinger nicht. Oh, shit. Aber wir können einführen, dass ihr auf euer Leben schwört und all euer Geld, das ihr nicht gegoogelt habt und keine anderen Hilfsmitte als euer eigenes Wissen herangezogen habt und eure Seele im ewigen Fegefeuer eures, ja, hier eure Religion einsetzen, enden werdet, wenn ihr vorsagt. Hier ist 200. Warte mal, war das nicht so, dass immer um bestimmte Orte bestimmte Nummern waren? So, welche Nummern sind hier? Hier ist 100. Hilft mir nicht. Was haben wir hier? Ja. Hier haben wir 500. Darum 600. Was haben wir hier? 700. 700 ist schon gut. Dann, was haben wir hier? 100 wieder nur. Was haben wir hier? Auch wieder 100. Das ist ja merkwürdig. Hier war auch 100. Hier war wieder 700. Okay, das hat keine größere Logik bei denen, kann das sein? Hier ist 600. Da ist wieder 700. Das hat irgendeine Logik, aber die verstehe ich nicht. 600. Blöd. Sich die 82 vielleicht eher? Ich meine, hier sind ja die 700er. Hier 795. Hier 794. 93. Hier geht's runter. Das heißt, ja, theoretisch würde ich erwarten, hier kommen die 800er und hier kommen die 100er. Boah. Blöd. Warum machst du sowas? hier sind wieder 700er, hier sind 600er. Ich hab noch nicht eine 800 gesehen. Schweinerei. Habt ihr schon eine 800 gesehen? klar weiß ich, dass es Ungarn ist, aber ich wusste ja bis zu diesem Schild nicht, dass es die 82 ist. Darum geht's ja. Wenn du mir aber sagst, du wohnst im Papa und Papa liegt in Nordungarn, dann ist das halt eine ganz andere Sache, nicht wahr? Äh, Okay. Was haben wir hier? 200. Was haben wir hier? 200. Die haben echt ein komisches System. Ich würd hier hinten bleiben. Also auf der anderen Seite sind eher die 100er. So, 700. Nicht? Er steigt ja die ganze Zeit. 700. 700. Und auf einmal kommt 100. Warum kommt auf einmal 100? Warum ist... Wo habt ihr die 800er versteckt? 100. 100. 600. Äh, 700. 700. 700 steigt. 100. So. 700. Fällt. 700. 100. 700. 100. 600. Das sind doch Schweine, sag ich euch. Das waren die doch absichtlich. Hier, hunderter. Hunderter. Hier gibt's gar keine Straßen. Warum haben die alle 100? Ist das eine lokale Sache? Kann... Das könnt ihr mir zum Beispiel sagen. Sind in Ungarn die Straßen lokal? Dass jeder Bezirk eine 100 und eine 800 haben kann? Und die meisten aber nur bis 700 hochzählen? Das würde mich interessieren. So eine Information sind nämlich wichtig, wenn wir das nächste Mal reinkommen, dass wir es sofort herausfinden. Das hier ist schon grad... Beschissen. Ich seh sehr viele 200er, ich seh sehr viele 100er, aber mehr... seh ich nicht. Ich mein, das ist ja auch nicht... Wir haben ja auch nicht die hier, nicht? Eine rote gefunden. Das wäre halt auch hilfreich, wenn wir eine rote gefunden hätten. So. Was haben wir denn oben? Bucharest. 200er, 600er... 500er... Ich hab... nicht mal die 8 gefunden oder irgendwas. Das scheint nur eine Stelle zu sein, wo 8en vorkommen. Das wird... Das kann doch nur hier um Ordea sein. Okay. Jetzt würde ich sagen... Akzeptiere ich mal den Hinweis, sonst suche ich mich nämlich zu Tode. Und der sagt, Rumänien 82 bei Ungarn, Nähe Österreich und Slowakei. So. Das habe ich ja vorhin schon gelesen. Das hat mich ein bisschen beeinflusst. So. Und deswegen gucken wir ja hier, aber eine 800 und eine 82 sehe ich hier trotzdem nicht. Oder warte, ist die 671 eine... Ne, ist die 19. Okay. Nicht, dass die wieder doppelt belegt sind, die Straßen. Aber eine 82 oder eine 800 gibt es in der Ecke nicht. Okay. Sehen wir Papa. Sehen wir Vesperism. Sehen wir Gyö. Gyö ist was Größeres, oder? Gyö ist was Größeres. Das müsste man erkennen. In Gyö waren wir schon mal. Ja. Ich habe ja gesagt, da wo flach ist, nicht? Das heißt, theoretisch kann es ja wirklich nur hier sein. In diesen Ecken. Aber wir haben jetzt keine großen Berge oder irgendwas. Aber hier nicht Einnahme passt. Ich bin echt blind. Gehirer sehe ich. Ist das wieder falsch bezeichnet? Kann das sein, dass die Buchstaben ein bisschen anders sind? Aber das hatte ich schon mal. Und dann habe ich es echt deswegen nicht gefunden. Ach, kacker, 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 galao. Na ja, hier bin ich ja schon lang gegangen. Also hier gab es keinen der Namen. den wir nur ansatzweise suchen also weder Papa sehe ich noch Gier sehe ich noch Budalabla sehe ich noch Westbrem sehe ich und ich meine wir haben keine Berge wir haben flache Felder deswegen können wir hier auch nicht drin sein na gut wir können genau hier drin sein aber dann hätten wir ganz andere Sachen oder die Orte sind wirklich so klein aber ich bin der Meinung Gier hatten wir schon mal war Gier nicht genau an der Grenze oder so eine Scheiße Pitea Halmenau hm Bikara Zare Versand ich versende auch gleich was Gergenos Pisha das ist zu dicht dran nicht wobei unsere Orte durchaus in dieser Größenordnung zu suchen sind 700 700 700 700 und dann kommt 100 Schweinerei Schweinerei Giosik Giosik aber ich denke auch ich bin in Rumänien die ganze Zeit nicht habe ich doch vorhin gesagt ich suche die ganze Zeit in Rumänien danke das Ringischingi das war der Hinweis der mir gefehlt hat ich habe doch vorhin noch Ungarn gesagt und ich suche die ganze Zeit in Rumänien ich bin rüber gerutscht kann das passiert sein ich weiß es auch nicht aber haben die ja die haben diese Schilder nicht ich habe nicht auf dem LKW stand auch HU ich suche in Rumänien Leute das müsst ihr mir doch sagen deswegen finde ich auch Gior nicht und Papa jetzt kann ich mich erinnern das habe ich schon mal gehabt da Gior ist nämlich was Größeres Mann ich habe die Länder verwechselt da ist auch Papa Ringischingi du bist rehabilitiert du hattest recht da ist auch Büge und sowas okay da ist auch Ted das habe ich glaube ich auch schon irgendwo gelesen äh 832 äh 82 83 82 832 so dann sind wir nämlich irgendwo irgendwo hier nicht hilft uns immer noch nicht jetzt haben wir nur den Ort gefunden aber noch nicht dieses Ding unsere Straße geht konstant leicht nach Osten Nordosten und dann geht eine Straße ab und zwar nach stärker Nordosten aber es sieht ja aus wie so ein Dreieck also wir gehen so und die geht so das könnte hier die Stelle sein dann müsste hier aber eine Bushaltestelle sein und das ist nicht hier sind aber Schien Schien habe ich doch gerade gesehen bei uns hier dann ist es die Stelle aber die geht doch nach Nordwesten Warte mal wir fahren mal rein die geht nach Nordosten das kann das hier nicht sein hier da kreuzen die Schienen nochmal aber hier gibt es keine Straße die Schienen verlaufen ja ob die noch befahren sind ob die eingezeichnet sind und hallo Elektronikwelt Georg ist in Ungarn ja das haben wir inzwischen auch herausgefunden danke danke ah okay dann fangen wir mal in die Richtung irgendwo hatte ich nämlich Ungarn auf dem einem LKW oder den Schild gelesen ich oh man das ist mir schon mal passiert mit Ungarn und Rumänien ich glaube sogar genau als ich Gyo damals gesucht habe ich habe so ein fettes Deja Vu mit Gyo und Papa und Rumänien und Ungarn das glaubt er gar nicht so und jetzt führt unsere Straße komplett nach Osten das heißt wir fahren so und dann geht sie so rum und wir kommen ja an die Stelle da hinten in aber warte mal da müssen wir doch auf der Seite sein weil wir sind nach Westen gefahren dahin das heißt und wir sind durch Lazzi gefahren ja da ist eine Schiene die Schiene kreuzt diese Straße hier nicht dann müssen wir hier irgendwo sein dann sind wir hier da sind wir boah krass Kisper da ist auch Kisper das stand dran krass dann waren wir kurz in Deutschmarkt aber da stand da nicht dran weil wir müssen hier durchgefahren sein wir waren bis Lazzi hä Deutschmarkt never ever können wir da sein also das macht jetzt nur Sinn von der Schiene aus nicht also ich fahr jetzt nochmal weiter da muss Kisper kommen jetzt bin ich unsicher ah ne ich dachte da war ein eckiges Schild oh man das ärgert mich richtig zutiefst Kisper Henta ja Kisper Henta wäre dann hier irgendwo wahrscheinlich Henta genau ne dann stehen wir da lass die Straße da rein aber wir sind doch never ever durch Deutschmarkt gefahren ich kann mich noch an Bakonio Bank und an Lazzi erinnern da stand zumindest nicht Deutschmarkt dran hm na gut bingo bongo 2,76 ja dass ich auch rede das ist ja nicht mehr dann das Problem wenn man das eingrenzen will aber wo waren wir in Deutschmarkt ach das war der Kreisverkehr wo nix war ah der war in Deutschmarkt ach das ist ja krass ok da also so wie das hier aussieht war nicht das Gefühl als wir hier waren ähm wir können da mal rausgehen äh wartet ich muss ein bisschen aufpassen äh nicht dass ich google irgendwie meine location hat oder so das ist immer ein bisschen blöd normalerweise geht der doch auf auf die andere Karte ja müssen wir nochmal gucken aber krass nicht wir sind durch ja bisschen Häuser dann waren wir auch schon wieder draußen aber da ein Ortsschild da stand irgendwas anders dran hm was denn Deutschmarkt na nur ein Ort anscheinend durch den wir gefahren sind aber stand nicht dran aber wir gucken uns die Results an und die Results sagen 18 wartet 18.000 Punkte wobei wir uns in Ungarn nicht mit Ruhm bekleckert haben Spanien und Belgien dafür sehr stark sonst brauche ich sehr lange in Spanien ähm ja vielleicht sieht man das hier besser Deutschmark also es sind echt nur ein paar Häuser nicht und hier ist gleich Park deswegen sieht das so aus als ob man außerhalb ist der Ort ist eher Nord-Süd und wir sind nur so haben ihn nur so gestreift deswegen kam der mir nicht riesig vor wenn wir hier nach Norden Richtung Papa gefahren äh oder Süden oder so dann hätte das wahrscheinlich sich ganz anders angefühlt lustig da stand nämlich warte mal ah genau Deutschmark heißt Backkornthymia Bateley jetzt weiß ich wo ich Bateley her kenne Deutschmark ahhh ja ok ich wusste noch irgendwas mit Bateley war es ok wir haben noch drüber geredet nicht dass die Namen äh so äh in der Region immer so deutsch sind und ob die die lokal anders aussprechen da ist Google natürlich dann scheiß nicht Google zeigt dir Deutschmark an und dann findest du natürlich Bankkornthymia Bateley nicht schöne Scheiße ok wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hasse Ungarn und Rumänien für diese Sache eigentlich hasse ich mich aber sagt es nicht weiter bis zur nächsten Folge zu nehmen